Ich darf dich recht herzlich begrüßen hier auf unserer heutigen Business-Präsentation. Mein Name ist Henrik Brockmann, ich bin Mitte 50, sende hier live aus unserem Wohnmobil, befinde mich gerade mit dem Wohnmobil hier in Andalusien, in Südspanien. Und ich möchte dir in den nächsten 30 Minuten einen tieferen Einblick geben in ein außergewöhnliches Online-Business. Ich werde dir vorstellen eine Company namens Root, Root Wellness. Und diese Company kommt aus Nashville. Wir werden gleich da ein bisschen tiefer reinschauen. Aber vor allem möchte ich deine Aufmerksamkeit lenken auf ein Online-Business, auf eine Möglichkeit, dir von zu Hause aus, vom Küchentisch aus, etwas nebenbei aufzubauen, sich ein lukratives Nebeneinkommen aufzubauen, eine neue Perspektive aufzubauen, sich womöglich eine komplett neue Zukunft aufzubauen. Wir begleiten diese Firma mittlerweile fast zwei Jahre. Und in diesen zwei Jahren haben wir Unglaubliches erlebt. Sowohl mit den Produkten, aber auch vor allem mit dem Business-Modell. Wir verändern gerade das Leben der Menschheit. Auf der einen Seite mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden, mehr Energie. Und auf der anderen Seite so diese klassische Thematik, die immer wiederkommt. Mensch, ich verdiene das erste Mal im Vertrieb Geld. Ganz viele Menschen, die online schon was probiert haben, die im Network-Marketing unterwegs waren, die im Vertrieb unterwegs waren. Und hier erstmalig sagen nach wenigen Wochen, nach wenigen Monaten, hey, das funktioniert. Was braucht man für ein Online-Business, um sich von unterwegs aus, vom Küchentisch aus, von überall auf dieser Welt etwas aufzubauen? Man braucht vor allem eine starke Partnerfirma. Und man braucht Tools, man braucht Werkzeuge, man braucht ein Team, man braucht auch Trainings, man braucht Ausbildung. Aber all das ohne diese Dinge, dass man investieren muss, ohne dass man Verpflichtungen eingeht, ohne dass man das Gefühl hat, hey, das ist ja, das ist etwas, was ich überhaupt nicht beherrsche. Es gibt ganz viele ältere Menschen, die sich mit Computerarbeit überhaupt nicht auskennen. Und genau auch diesen Menschen möchten wir die Chance geben, sich ein Online-Business aufzubauen. Also lass uns tiefer reingehen. Ja, gib mir diese knapp 30 Minuten und du wirst verstehen, warum wir so begeistert sind über das, was wir hier gemeinsam aufbauen. Also, vorweg natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen über das, was da draußen gerade passiert. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, ja, über den Tellerrand hinaus zu schauen? Warum ist es so wichtig, sich Gedanken zu machen? Da draußen verlieren gerade ganz, ganz viele Menschen ihren Job. Ja, ganz viele Menschen sind unheimlich unter Druck. Ja, wir haben da draußen die Impfthematik, wir haben da draußen die Situation, dass ganz viele Menschen vor existenziellen Fragen stehen. Ja, und wenn man aber zurückblickt, ist das alles nichts Neues. Das Ganze ist im Grunde genommen schon vor vielen, vielen Jahren angefangen worden. Ja, man hat uns in den letzten Jahren systematisch vergiftet. Nicht nur uns als Menschen, als Individuen, ja, sondern auch unsere Umwelt. Ja, wir wissen das da draußen. Wir reden von Glyphosatvergiftungen. Wir reden von Ackerböden, die nichts mehr hergeben. Wir reden von Trinkwasserbelastungen, Antibiotika, Pestiziden im Trinkwasser. Wir reden von Fast Food, von einer Lebensmittelversorgung, die eigentlich nur noch darum geht, Menschen den Körper zu füllen, aber nicht mehr zu nähren. Ja, ein ganz wichtiger Gedanke. Ja, bist du jemand, der sich Nährstoffe, dem Körper Nährstoffe zufügt, oder bist du jemand, der einfach nur satt werden will? Ja, es ist ein Riesenunterschied. Und was resultiert daraus? Natürlich auch, wenn ich meinem Körper nicht mehr das zur Verfügung stelle, was er benötigt, um vital, um gesund zu sein, dann entstehen daraus natürlich auch Krankheiten. In den 80er Jahren sind Menschen gegen die Atomkraft auf die Straße gegangen. Und heute gehen wir so weit, dass immer mehr 5G-Masten aufgebaut werden. Ja, ich gebe dir mal eine kleine Information dazu. Es gibt mittlerweile immer mehr Krebserkrankungen, dramatischer Anstieg, immer mehr Demenz, Alzheimer, Parkinson-Krankheiten, immer mehr Kinder, die mit Autismus, Asperger-Syndrom aufwachsen, schon Babys, die mit Schwermetallbelastungen auf die Welt kommen. Und all das hat einen Grund, nämlich, dass es eigentlich nur noch um Kommerz geht. Es geht nur noch darum, noch schneller, noch breiter, noch besser aufstellen, noch globaler. Dabei muss es genau andersrum sein. Wir müssten eigentlich uns wieder zurück auf den Ursprung besinnen. Und das ist das, was die Company, mit der wir zusammenarbeiten, tun, sich wieder auf den Ursprung zu konzentrieren. Aber was bedeutet denn das, wenn wir immer mehr Schwermetalle in unserem Organismus haben? Ja, und vor allem auch hier oben in den Regionen des Gehirns. Da ist es einfach so, dass das, was da gerade draußen passiert, dass immer mehr 5G-Masten freigeschaltet werden. Das wirkt, und das ist mittlerweile bewiesen, wie so eine Mikrowelle auf unser Gehirn. Und dadurch entstehen immer mehr Krankheiten. Das heißt, Krisen, 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 egal, wohin wir schauen. Und für mich vor allem erschreckend, dieses kleine Bild da unten auf der linken Seite, das kleine Mädchen mit der Maske. Wie kann man es verantworten, als Elternteil sein Kind mit Maske rumlaufen zu lassen? In meinen Augen ist das staatlich verordneter Kindesmissbrauch, der da entsteht. Und es ist einfach wichtig, dass wir wach werden, dass wir lernen, wieder selbstverantwortlich Fragen zu stellen, dass wir Entscheidungen treffen, selbstverantwortlich, dass wir vor allem unsere Gesundheit, unser Leben und das Leben unserer Kinder wieder in die Verantwortung übernehmen und bereit sind, Dinge zu verändern. Und darum geht es auch, nämlich, weil das ist das, was unser Partnerunternehmen so wunderbar verstanden hat, nämlich cure the cause, geh an den Ursprung, heile die Ursache, dann können wir auch wiederum Gutes tun, dann können wir vitaler werden, mehr Wohlbefinden spüren und so weiter. Es ist also eine ganz, ganz heftige Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und ja, diese Thematik, diese Folie ist ganz bewusst auch so gewählt, um einfach natürlich auch dich als Interessent einfach mal zu öffnen für die Herausforderungen, die es da draußen gibt. Und wenn du gleich eine Lösung hast oder eine Lösung kennenlernst für diese Herausforderungen, dann verstehst du, warum es mir so wichtig ist. Nämlich, schau mal, Fakt ist eins, wir leben in einer verrückten Zeit, wir leben in einer historischen Zeit. Da werden die Historiker in Zukunft vieles drüber schreiben müssen, über das, was die in den letzten Jahren, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren hier in Europa oder auch weltweit passiert. Und jeder von uns ist mehr denn je einfach in der Situation, dass er eine Entscheidung treffen muss. Bin ich bereit, das alles zu akzeptieren, was dort mit mir gemacht wird? Oder aber muss ich bereit sein, die Konsequenzen herauszuziehen und neue Entscheidungen zu treffen, mit allen Dingen, die dazugehören? Und das ist das, was dieses Bild so darstellen soll. Und ich möchte dir das womöglich noch anhand einer anderen Frage deutlich machen. Wenn du zurückblickst, mal heute von 2022, fünf Jahre zurück, was hat sich in diesen fünf Jahren verändert für dich? Denken wir mal über die positiven Dinge nach. Was ist in diesen fünf Jahren zum Positiven gekommen? Womöglich eine neue Partnerschaft, womöglich Kinder, eine Familie. Das sind positive Dinge. Aber wenn wir uns alle anderen Dinge anschauen, wie viele Dinge haben sich denn zum Negativen verändert? Viele Menschen haben nicht mehr das Geld in der Haushaltskasse, wie noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrer Partnerschaft. Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Job, mit ihrer Tätigkeit. Und ich sprach am Anfang schon davon, dass der Druck auch immer größer wird. Wir brauchen da nur das Thema der künstlichen Intelligenz uns anzuschauen. Das heißt, immer mehr Jobs werden auch zukünftig übernommen. Und umso wichtiger ist also, und das ist der Grund, warum du dir dieses Video anschaust, warum? Weil du dir Gedanken machst oder weil du einen Tipp bekommen hast. Hey, schau dir das mal an. Denk mal darüber nach. Such womöglich über, oder denk über Alternativen nach. Und wir haben hier eine wunderbare Alternative, nämlich genau darüber nachzudenken, okay, oder dir darüber klar zu werden, wenn du jetzt in dieser Phase deines Lebens, in dem du dich jetzt befindest, nicht bereit bist, eine neue Entscheidung zu treffen, wird sich auch in den nächsten fünf Jahren nichts zum Positiven verändern. Das heißt, wir und wir alle, wir sind womöglich gerade in der wichtigsten Zeit, ich sagte gerade in einer historischen Zeit, aber wir müssen jetzt wieder verstehen und lernen, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen für unsere Gesundheit und für unsere persönliche Zukunft und die Zukunft natürlich auch unserer Kinder, unserer Natur, all der Tiere, die da draußen sind. Wie wollen wir zukünftig leben? Aber das passiert nicht, wenn wir einfach wie ein toter Fisch mitschwimmen, sondern wenn wir gegen den Strom schwimmen, wenn wir bereit sind, neue Wege zu gehen. Und ich sage dir, was wir brauchen, was wir alle brauchen. Wir brauchen neue Einkommensmöglichkeiten, eine neue Perspektive, auch womöglich neue, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Das Bankenwesen wird in wenigen Monaten und Jahren nicht mehr das sein, was wir heute noch kennen. Es wird alles digitalisiert werden. Du wirst vermutlich in Zukunft nur noch reisen können mit einer digitalen App, mit einem whatever, einem Zertifikat, was immer das, wie immer das auch dargestellt wird da draußen. Das heißt, wenn du heute noch abhängig bist, nur von diesem einen Job, den du hast, dann ist es jetzt an der Zeit, diese Dinge zu verändern. Du brauchst womöglich sogar multiple Einkommensströme, was einfach bedeutet, nicht nur womöglich einen Job. Womöglich hast du schon einen Zweitjob. Nämlich, so geht es leider immer mehr für Familien, dass man neben seinem Haupteinkommen damit nicht auskommt, noch eine Nebentätigkeit haben muss, vielleicht einen 400-Euro-Job. Aber mache dir Gedanken, wie du diese Dinge verändern kannst, wie du diese Dinge in Verantwortung übernehmen kannst. Nämlich zu sagen, ich übernehme, oder ich baue mir multiple Einkommensströme auf. Das heißt, ich nutze verschiedene Dinge. Und das ist das, was wir praktizieren, was wir auch gerne vorleben, wo wir dieses Wissen auch gerne unseren Partnern, unserem Team zur Verfügung stellen. Und auch Root, unsere Company, über die wir gleich reden werden, ist da sehr, sehr gut aufgestellt und gibt uns auch immer wieder neue Ideen und Ansätze. Fakt ist, du musst und du darfst dein Leben verändern und vor allem in die eigene Hand nehmen. Aber, es gibt viele Glaubenssätze bei den Menschen da draußen. Ja, oh, Geld verdirbt den Charakter. Hey, ganz ehrlich, die unter uns aus einem viel Geld macht aus einem schlechten Menschen einen noch schlechteren Menschen. Viel Geld macht aber aus einem guten Menschen, der Werte hat, ja, der auch, ja, Prinzipien hat. Viel Geld macht aus einem guten Menschen einen noch besseren Menschen, weil du kannst nur dann anderen Menschen helfen. Du kannst nur dann Gutes tun, wenn du Geld hast, wenn du andere Menschen etwas Gutes tun kannst, wenn du so in dieser klassischen Opferrolle bist, dich aufopferst für deinen Arbeitgeber, für deinen Partner, für deine Eltern, für deine Familie. Dann bist du in dieser klassischen Opferrolle drin. Damit kannst du aber nichts Gutes tun. Womöglich, natürlich, in dem Moment, deinen Kindern gefühlt, natürlich, aber schau, dass es dir gut geht. Das ist die wichtigste Message. dir muss es gut gehen. Dann kannst du anderen was Gutes tun. Und dazu gehört es in der heutigen Zeit noch, vielleicht wird es sich irgendwann ändern, dazu, gutes Geld zu verdienen, sich ein lukratives Nebeneinkommen aufzubauen. Und dazu gehört vor allem auch Gesundheit, Vitalität, Wohlbefinden, Energie. Fatal, wenn du in einer Depression drin bist. Fatal, wenn deine Psyche angeschlagen ist, weil du mit diesem ganzen Druck um dich herum nicht mehr klarkommst. Also suche dir neue Netzwerke, suche dir Menschen, denen es gut geht, die bereit sind, dir auch von ihrer Energie, von ihrer Kraft etwas abzugeben. Übernehme Verantwortung für deine Gesundheit. Hör auf, über Krankheiten nachzudenken. Hör auf, über Krankheiten zu reden. Da draußen gibt es hunderte von Krankheiten. Hunderte. Setz dich mal in ein Wartezimmer rein. Du lernst so viele Krankheiten da kennen. Ja, aber hör mich erst mal an und ich bin ja noch viel, viel kranker als du. Och, das ist ja noch gar nichts. Weißt du, wie es mir gerade geht? Das ist das, was da draußen passiert. Menschen suchen Aufmerksamkeit, ja, indem sie über ihre Krankheiten berichten. Wenn du selbst dazu gehörst, hey, so what? Lass dich, lass dich weiter fallen. Ja, lebe dieses Leben in Opferrolle weiter oder erkenne, was ich dir eigentlich mitgeben möchte. Nämlich, dass du in der Verantwortung bist, die selber, diese Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Für deine Gesundheit, ja, die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn es da hunderte von Krankheiten gibt, es gibt da auf der anderen Seite nicht hunderte von Gesundheiten, es gibt nur diese eine. Und über die müssen wir uns Gedanken machen. Und über die müssen wir, ja, reden. Und über die dürfen wir uns, oder da dürfen wir in die Verantwortung gehen. Also, mehr Geld, mehr Gesundheit und mehr Freedom, mehr Freiheit, mehr Freizeit, mehr Selbstverantwortung, mehr Entscheidungsfreudigkeit, ja, mehr Flexibilität. Aber egal, wenn wir über diese drei Dinge reden, mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr Freiheit, ja, meistens ist es so, wenn ich mehr Geld verdienen muss, tue ich das oft mal zu Lasten meiner Gesundheit. Wenn ich mehr Freizeit habe will, tue ich das oft mal zu Lasten meines Portemonnaies. Also, diese drei, sorry, diese drei Dinge gehen aber auch im Zusammenspiel. Und das ist das, was wir propagieren wollen. Wir haben hier mit dieser Firma, mit diesen Produkten, die wir weltweit, international vermarkten, das perfekte Fahrzeug, ja, der junge Mann hier, der Junge hier sitzt auf einem perfekten Fahrzeug und er weiß, wo die Richtung hingeht, nämlich nach vorne, ja, Entscheidung getroffen und ab damit. Und genau das ist es, was wir dir, was ich dir hier anhand dieses Videos und der Mensch, der dir dieses Video zukommen hat lassen, das ist das, was wir dir anbieten wollen. Einfach mehr Selbstbestimmung, mehr Verantwortung für das, was du selber bewerkstelligen kannst. Und deswegen, lass uns über die Firma Root reden. Root reden. Die Firma Root ist jetzt zwei Jahre auf dem Markt. Sie ist im Februar 2020, zu Beginn also dieser Corona-Zeit auf den Markt gekommen. Heute sagen viele, es ist ein Geschenk Gottes. Es musste genauso passieren, dass diese Firma mit diesen Produkten auf den Markt geht, weil wir Menschen leben, weil wir die Gesundheit der Menschheit verändern und verbessern. Und ja, Root hat, ich habe es gerade schon mal gesagt, ja, heile den Ursprung. Cure the cause ist so dieses, ja, dieses Motto dieser Firma. Die Firma kommt aus Nashville, aus Tennessee. Gegründet von einem Senior, einem Mr. Clayton Thomas und dahinter steckt noch die Dr. Christina Rahm, eine Wissenschaftlerin. Sie ist das Gesicht hinter den Produkten. Da steckt ganz viel Forschung hinter, da steckt ganz, ganz, ganz viel Erfahrung hinter, da steckt ganz viel Wissensvermittlung hinter. Ja, das heißt also, die Company ist sehr, sehr interessiert daran, alles nach außen zu geben, einfach den Menschen die Möglichkeit zu geben, denen es interessiert, alles darüber zu lernen, warum die Produkte so gut sind, warum sie, ja, so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich rede mittlerweile von einem Paradigma-Wechsel. Wenn es um mehr Gesundheit geht, ist das, was diese Company hat, ein Paradigma-Wechsel. Und sorry, ja, womöglich hast du ähnliche Dinge schon gehört und hast auch schon andere Gesundheitsprodukte getestet und probiert und womöglich auch schon Vertriebserfahrung gemacht mit solchen Unternehmen und es hat irgendwie immer nicht funktioniert, denn sei so gut, weil das, was wir dir hier anbieten, hat nichts mit dem zu tun. Es ist kein klassisches Network-Marketing, es ist auch kein Affiliate-Marketing, es ist so eine Kombination aus allem. Ja, es ist Affiliate, es ist Online-Marketing, es ist Netzwerkaufbau, aber es ist eher wie so ein Franchising. Ja, dir wird hier mit dieser Firma Root ein Franchise-Modell geschenkt und mit diesen drei Produkten, die du hier siehst, etwas dir an die Hand gegeben, wo du einfach Gesundheit schenken kannst und wir haben diese drei Produkte, es kommen weitere, es sind zwei weitere Produkte bereits auch schon bestellbar, zum, ja, dass man eigene erste Erfahrungen machen kann, aber diese drei Produkte sind auf Root gebrandet und reden wir ganz kurz darüber. Dieses Video ist nicht dazu da, dir die Produkte näher zu bringen. Dazu haben wir zum Beispiel jeden Dienstagabend um 19 Uhr unseren Erfahrungsaustausch. Ja, da kann man Fragen stellen, da kann man das Produkt kennenlernen, da kann man sich einfach austauschen, ja, wie so ein Stammtisch, um einfach mit den Menschen über seine eigenen Erfahrungen oder Fragen oder über diese Produkte auszutauschen. Aber hier, in diesem Produkt geht es um die Entgiftung des menschlichen Körpers. Dieses Produkt ist definitiv ein Paradigmawechsel. Es gibt so etwas noch nicht da draußen. Das Ganze basiert im Grunde auf Klenoptiolit, was einfach ein Zeolit ist, aber es ist einfach eine Weiterentwicklung. Ja, Zeolite da draußen gibt es viele, viele tolle Produkte, aber dieses Produkt hat nichts mehr mit dem klassischen Zeolit zu tun, sondern es ist eine Weiterentwicklung insofern, dass es in der Lage ist, von Kopf bis Fuß, bis zur Zehe da unten, ja, den Körper auf komplett sanfte Art und Weise zu entgiften und wir erleben unglaubliches, emotionales, lebensveränderndes mit diesem Produkt. Das heißt, du schenkst anderen Menschen Gesundheit mit diesem Produkt. Es gibt ein zweites Produkt, da geht es um Fokus, Konzentration, Dopamin, Serotonin, aber auch Melatonin, geht es um Glücksgefühle. Viele ältere Menschen berichten darüber, hey, mein geistiger Nebel ist weg, ich kann mich wieder klarer fokussieren. Andere sagen, es ist unsere Happy Pills, unsere Glückspille. Da ist sehr, sehr viel Kokamin drin, aber auch so etwas wie Sambohnensame oder Kiefernrinder, so etwas ganz Natürliches. Es hat nichts mit Kaffee oder Guarana oder anderen Dingen oder schon gar nicht mit synthetischen Dingen zu tun, die dir vielleicht irgendwie den Kick geben. Nein, hier ist es einfach auf natürliche Art und Weise. Sorgen wir dafür, dass der Dopamin-Serotonin-Spiegel wieder angeregt wird, sich ausgleicht und spätestens dann merkst du dieses Produkt. Ich schwöre auf dieses Produkt. Ich liebe es, mir diese Kapsel reinzutun. Auch jetzt gerade vor dieser Präsentation habe ich das getan, einfach genau um das zu sein, nämlich fokussiert, happy und dass man einfach weiß, man tut sich unglaublich Gutes damit. Es gibt ein drittes Produkt, das ist unser Restore, kleines Sachet. Da geht es um Zellerneuerung. Warum? Weil wir haben gerade von CleanSet gehört, da geht es um die Entgiftung des Körpers. Wenn ich die Körperzellen wieder freiräume, wenn ich also all die Gifte, Schwermetalle, chemischen Verbindungen, all das, was unserem Körper nichts verloren hat, wenn ich das rausnehme, brauche ich auch wieder gute Stoffe, damit die Zellen sich wieder rund erneuern können. Und das ist Restore. Also diese drei Produkte, wir sagen darüber auch, es ist unser Trinity Pack, also die Dreifaltigkeit, diese drei Produkte arbeiten synergetisch miteinander und unterstützen sich genial, auf geniale Art und Weise gegeneinander oder zueinander. Also wie gesagt, einfach nur mal ein erster kleiner Blick für alle, ganz wichtig, alles ist vegan, bio, 100% natürlich. wir haben das wertvollste Zertifikat, was man haben kann, ist die BSCG, selber gerne nachschauen, bscg.org, das ist deren Website, ist ein weltweites, internationales Studio oder ja, jeder Athlet, jeder Hochleistungssportler kennt die BSCG, weil wenn du dort Gold zertifiziert bist und das sind unsere Produkte, dann weiß jeder Hochleistungssportler, der braucht also nur nachschauen dort und sieht, aha, dieses Produkt kann ich nehmen ohne Bedenken, keine Dopingmittel, keine künstlichen oder synthetischen Substanzen, sondern alles 100% Natur, ganz wichtig. Also, wir aber laufen jetzt nicht los und verkaufen diese Produkte, nein, natürlich reden wir über unsere Erfahrungen, wir reden darüber, was wir hier erleben, ja, aber ich sehe mich nicht als Verkäufer, ich bin kein Verkäufer, ich kann ein bisschen labern, ja, ich kann auch ganz gut Emotionen mal mit den Menschen teilen, aber im Endeffekt ist es doch eines, wir reden einfach nur über das, was wir persönlich oder aber andere Menschen, die wir kennen, mit diesen Produkten erleben und dann haben wir so unsere ersten Kunden und daraus resultierend kommen neue Erfahrungen und daraus resultierend wird mehr Umsatz passieren, mehr Volumen, mehr Menschen, die dieses Produkt testen und so kann man sich auf einfache Art und Weise ein eigenes Businessmodell aufbauen. Anfangs ein bisschen nebenbei verdienen, ja, sich die Produkte refinanzieren zu lassen, was ja auch schön ist, wenn man seine eigenen Produkte nicht mehr selbst bezahlen braucht, aber dann auch sehr schnell und das ist das, was ich gerade schon mal ansprach, was wir sehr oft erleben, dass Menschen sagen, hey, ich verdiene das erste Mal wirklich nebenbei, ja, mit einem Gesundheitsprodukt Geld, weil es einfach funktioniert, weil die Produkte funktionieren. Was kannst du hier tun? Du kannst dich ganz einfach entspannt als Kunde registrieren, ja, indem du einfach einen Link bekommst von dem Menschen, der dir dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Dort registrierst du dich, gratis, einfach kostenlos. Du kannst dich hier nicht einkaufen, aber du kannst Kunde werden, du kannst das Produkt deiner Wahl für dich bestellen. Du testest das gerne aus, nimm dir alle Zeit, die du brauchst, recherchiere, whatever you want, ja, erziele Resultate. Ich empfehle, gib das Produkt einem paar Menschen, die dir wichtig sind. Mutter, Vater, Onkel, Tante, ja, Kinder, erziele Resultate bei anderen Menschen. Sprich mit Interessenten darüber und hör einfach zu, wenn Menschen über Gesundheit reden und schon hast du wieder jemand, der womöglich interessiert ist, Neuigkeiten darüber zu erfahren und du wirst aus unseren Erfahrungen lernen, wir machen Trainings, wir machen Erfahrungsaustausch, wir machen Ausbildung, auch die Company tut sehr, sehr viel dafür und du kannst dir auf täglicher Basis Geld verdienen, weil Root dir in dem Moment, wo du dich kostenlos registriert hast, ein fertiges Konzept an die Hand gibt, ein Franchise-Modell. Man schenkt es dir. Du kriegst deine Webseite, deinen Online-Shop, du kriegst Support, du kriegst Ausbildung, du kriegst Trainings, Videos, Marketing-Tools, unser Team, alles das an Erfahrungen bekommst du, einfach indem du dich registrierst. Ich meine, ey, das wäre so, als wenn Amazon sagt, hey, lieber Amazon-Kunde, registrier dich und schon kannst du von Amazon Geld verdienen. Ist bei Amazon nicht der Fall. Bei Root ist das der Fall und wir werden richtig groß. Wir haben gerade Wachstumsraten. Wir als unser Team haben jetzt im siebten Monat dramatische Wachstumsraten von zehn bis zu einem Monat waren es sogar 50 Prozent Wachstum. Wir explodieren gerade und das ganz einfach mit Grund. Warum? Weil es das perfekte Home-Based-Business ist, weil niemand ein Risiko hat. Es gibt mega Chancen für deine eigene Gesundheit, für dein eigenes Wohlbefinden, vor allem aber für die Gesundheit der Menschen, die dir wichtig sind und für das, was wir da draußen den Menschen schuldig sind, ihnen nämlich genau unsere Mission mitzugeben, ihnen dieses Produkt zur Verfügung zu stellen und dann hat jeder damit die Chance, wenn er es wirklich sauber und ehrlich meint, weißt du, das ist kein Ego-Business hier. Hier geht es wirklich darum, bring diese Mission in die Welt hinaus. Helfe und zwar ernster. Helfe anderen Menschen. Dann wird auch dir geholfen, weil du hast damit die Chance, deine eigenen Produkte rezufinanzieren und damit Geld zu verdienen. Was ist denn schöner? Wenn du etwas verkaufen musst, dann hast du jeden Tag irgendwo eine Zahl, die du erfüllen willst und musst, um damit zu überleben. Aber wenn du es wirklich ernsthaft meinst, weil du echte Werte in dir trägst und du gibst einfach nur anderen Menschen den Zugang zu mehr Gesundheit, mehr Energie, mehr Wohlbefinden, ein lukratives Nebeneinkommen, weil du es wirklich so meinst, weil dir dein Gegenüber wichtig ist. Das hat was mit Ethik zu tun. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und daraus entsteht was. Und das ist das, was wir jeden Tag erleben. Also Geld verdienen muss nicht schwierig sein. Du kannst dich einfach kostenlos registrieren. Du kannst einfach mit uns gemeinsam dich reinfühlen, reinspüren, einfach lernen, einfach die Dinge so machen, wie du es, wie wir es vormachen, wie wir Erfahrungen gesammelt haben. Du kannst deine eigenen Nuancen mit reinbringen und dann sei einfach bereit, diesen Weg mit uns zu gehen. Aber ganz ehrlich, viele Menschen hören sowas und hören sowas auch nicht zum allerersten Mal. Und da liegt es jetzt an dir. Genauso wie ich am Anfang sagte, es ist deine Selbstverantwortung für deine Gesundheit, die du übernehmen musst, wenn es dir in Zukunft besser gehen darf. Es ist genauso hier das Gleiche. Chancen kommen und Chancen geben. Jeder Mensch da draußen hat schon mal Chancen in seinem Leben gehabt, die er gehört hat, aber die er hat einfach vorbeifließen lassen. Ging mir schon mehrfach so. Aber es gibt Dinge, da gilt es einfach zuzugreifen. Vor allem dann, wenn man ja kein Risiko hat, wenn man nicht selber investieren muss im großen Stil, wenn man nicht, außer natürlich Zeit, Energie, klar, aber fühl dich hier rein. Und es ist einfach nur die Frage, was für ein Mensch bist du? Wenn du skeptisch bist, ist das vollkommen okay und auch gut so, weil ich mag skeptische Menschen, weil ein skeptischer Mensch, der nimmt sich danach alle Informationen vor, informiert sich und trifft dann eine Entscheidung, ja oder nein. Alles gut. Aber ein negativer Mensch, das sind die Falschen, die brauchen wir nicht, weil ein negativer Mensch, der sagt, oh ja, oh, das habe ich schon mal gehört, hier, der Schäferhund meines Nachbarn, der hat schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Hey, das sind nicht die Menschen, die wir suchen. Wir suchen den Menschen, der sagt, okay, klingt gut, ich werde mich informieren, ich hole mir alle Informationen, die ich brauche, treffe für mich eine Entscheidung, registriere mich, weil dann kann ich tiefer reinschauen, probiere womöglich das Produkt mal ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht auch, fühle rein, treffe, ja, und, aber ich treffe eine Entscheidung, ja, nachdem ich mich informiert habe, nachdem ich alle Dinge auf dem Tisch liegen habe und dann, ja, kann daraus was Riesiges entstehen, ja, es ist deine Entscheidung, was du aus dieser Geschichte machst. Niemand wird dich hier motivieren wollen, niemand wird dir was verkaufen wollen, und niemand wird dich irgendwie auch nicht über die Schwelle tragen, ja, sondern du bist derjenige, der diesen Weg mit uns gemeinsam gehen darf, wenn du es möchtest. Wir haben da draußen ganz, ganz viele Erfahrungsberichte, ja, sowohl über das Geldverdienen, über ein Business, wie, ja, wir haben Menschen in unserem Team, die verdienen fünfstellig und es werden immer mehr und wir haben Menschen in unserem Team, die verdienen einfach ihre 1.000, 2.000, 3.000 und wir haben natürlich ganz, ganz viele Menschen, die verdienen ihre 300, 400, 500 Euro und ich sage immer, hey, was gibt es Schöneres? Überleg dir mal, wie viele Scheidungsraten oder die Scheidungskoten oder wie viel weniger Scheidung es geben würde, vielleicht besser so ausgedrückt, oder wie viele Menschen es einfach mehr besser gehen würde, weniger Depressionen haben würden, weniger psychische Probleme, wenn nur jede Familie da draußen 300, 400, 500 Euro mehr im Portemonnaie hätte. Denk mal darüber nach. Und insofern ist es das genau, was wir erleben, was wir auch wollen. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Erfahrungsberichte, wenn es um die Gesundheit geht. Unglaublich. Und zwar eigentlich die gesamte Bandbreite. Die gesamte Bandbreite. Ich glaube, es gibt keine gesundheitliche, ich habe ganz neue Krankheiten kennengelernt, die ich vorher gar nicht kannte, wo Menschen einfach darüber berichten, dass es ihnen besser geht, dass sie wieder Energie haben, dass es sich ihr Leben verändert hat, dass sie, es ist so emotional, vor allem dann, wenn es um Kinder geht. Es ist, es ist einfach ein Traum. Wir erleben hier etwas, ja, da bin ich wieder bei der Mission. Wir haben einfach eine Mission. Wir dürfen das, und es ist unsere Verantwortung, anderen Menschen diese Dinge zur Verfügung zu stellen. Komm in unsere Telegram-Gruppe rein. Ja, spür dort rein. Lies diese Dinge, die du dort tagtäglich erfährst. Oder sei halt am Dienstagabend, 19 Uhr dabei, bei unserem Erfahrungsaustausch, damit du auch genau diese Dinge erlebst. Aber ansonsten, ganz ehrlich, es ist deine Entscheidung, ja. Du darfst das einfach jetzt wieder ausmachen, das Video und sagen, okay, alles gut, ja. Ich schaue mal, was sonst noch da draußen auf dem Markt möglich ist. Oder aber du darfst einfach den Weg, ja, für dich entscheiden, okay, hey, ich bin offen, ja, ich hole mir die Informationen. Weil Fakt ist eins, das nochmal ganz kurz zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du nicht bereit bist, eine Entscheidung zu treffen, dann geht dein Leben dort in die linke Richtung hinein. Und das wird nicht schön werden, ja, was in den nächsten Monaten und Jahren auf den Zug kommen wird. Und Verschwörungstheorie hin oder her. Du bist alleine derjenige, der entweder Mainstream mäßig einfach mitschwimmt, so wie der tote Fisch einfach mitschwimmt. Oder aber der wie ein Lachs, ja, allen zum Trotz einfach gegen den Strom schwimmt und sagt, hey, ich übernehme die Verantwortung für meine Gesundheit. Ich übernehme die Verantwortung für meine Zukunft, für die Zukunft meiner Kinder, ja, und treffe neue, bewusste, klare Entscheidungen. Wenn dem so ist, dann ist es ganz einfach, du gehst auf die Person zu, die dir dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Dieser Mensch schickt dir einen Registrierungslink, wenn er es nicht schon getan hat. Dort kannst du dich einfach kostenlos registrieren. Du schaust dich um, bestellst das Produkt deiner Wahl, ja, ich empfehle immer das Trinity Pack, einfach alle drei Produkte auf einmal mal testen, probieren, einen Unterschied spüren und dann folge einfach unserem System. Unsere Facebook-Gruppe, unsere Telegram-Gruppe, vernetze dich vor allem mit deiner Upline, ja, nicht nur dem Menschen, der dich eingeladen hat, sondern darüber gibt es auch noch jemanden, der hilft dir, ja, das ist eine die, eine der und diese Menschen helfen dir und notiere dir die kommenden Termine, so wie ich sagte, nächste Woche Dienstag 19 Uhr, es gibt viele weitere Termine, die kriegst du alle von deiner Upline, so dass du in der Lage bist, für dich eine gute, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und ansonsten, das soll es von mir gewesen sein, ja, ich heiße dich dann recht herzlich willkommen in unserem Team und dann werden wir uns sicherlich auch bald persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dir das Video bis zum Ende anzuschauen und alles Gute, bis dahin, ciao.